Anne Menden, 38, hat den Spekulationen um ihren Beziehungsstatus ein Ende gesetzt. Auf Instagram teilten die Schauspielerin und der Reality-TV-Teilnehmer Gustav Mazurek, 35, mehrere Beiträge, in denen sie als Paar zu sehen sind. Unter den romantischen Posts aus dem gemeinsamen Urlaub ist auch ein Video, in dem die beiden am Strand herumalbern. Die deutlichste Beziehungsbestätigung ist aber ein Clip, in dem Menden ihrem Partner in die Arme springt. Mein Frieden und Glück, heißt es dazu in den Bildunterschriften. Gustav Mazurek wurde durch Teilnahmen an Datingshows wie die Bachelorette und Bachelor in Paradise bekannt. Anne Menden verkörpert seit inzwischen 20 Jahren die Rolle der Emily Höfer in der RTL Daily Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. GZSZ-Kolleg, innen wussten schon Bescheid neben Kommentaren begeisterter Fans bekommt Menden auch Glückwünsche von ihren GZSZ-Kollegen. Im Cast scheint die Beziehung bereits lange bekannt gewesen zu sein. So schreibt etwa Nina Enzmann, spielt Jessica Reichelt, jetzt kann ich mich endlich nicht mehr aus Versehen verquatschen. Mann Mann Mann, wie viele Tage, Monate, Jahre musste ich ruhig sein. Es wurde ja mal Zeit, kommentiert auch Felix von Jascherow, 42, der bei GZSZ Mendens Bruder spielt. Wie lange die beiden bereits in einer Beziehung sind, bleibt damit offen. Bis Mai 2022 war Mazurek mit Reality-Kollegin Carina Wagner, 28, zusammen, 2023 nahm er noch an der Schweizer Ausgabe der Bachelorette teil, Red Carpet Debüt als Paar auf das Liebeshuting folgte nun das Red Carpet Debüt. Das feierten Anne Menden und Gustav Mazurek bei einem Event in Berlin. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt als Paar in der Öffentlichkeit streiten die beiden bis über beide Ohren. Und das aus gutem Grund, wie die Schauspielerin am Rande des roten Teppichs anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des privaten Rundfunks dem Sender RTL sagte. Also ich freue mich. Das ist natürlich schöner, sowas dann mit dem Partner dann auch zusammen zu erleben. Ich finde, bis jetzt macht er sich auch ganz gut, schwärmte sie von ihrem Partner, der in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, RTL, in der sie seit 2004 mitspielt, bereits eine Gastrolle hatte, passenderweise spielte er ihren Flirt. Er hätt's schon echt ganz gut gemacht, lobt sie ihren Freund in dem Interview. Weitere Auftritte in der Serie seien bis jetzt nicht geplant, aber wir lassen uns überraschen, so Menden. Weitere Auftritte in der Serie Untertitelung des ZDF, 2020